alle liebe leute grüße zum witz des tages von einem glücker hinter heute der onanierenwitz moment ist schon mal weiter alle liebe leute grüße zum witz des tages wie fast jeden tag heute der onanierenwitz und zwar ist ein mann beim urologen sagt der arzt sie müssen sofort aufhören zu onanieren und dann der patient wieso das denn ja sonst kann ich sie nicht untersuchen erklärung der der patient ist beim urologen das ist so ein arzt für ein unterleib für männer untersucht ihn und da sagt der arzt sie müssen aufhören zu onanieren weil er da mit seiner hand sex macht mit seinem schwingle da in bewegung ist und er muss ihn ja untersuchen und er sagt er soll aufhören ja sonst kann ich sie nicht untersuchen meint er dann ok tschau kakao und da auf der seite lukewinter.de könnt ihr aber nicht jetzt wie man gar nicht in urlaub fahren kann und so weiter tschau kakao und abonnieren dann